bitte nicht helfen das ist nicht nicht gut das ist gar nicht gut aber ich muss mir das ja auch merken war zwei hohe ein rüber dann ganz so rüber und dann also so quasi so aber das sehe hier hohen erst sondern j das habe ich ja auch sagen und auf der anderen seite an der spiegel verkehrt und ganz hoch und rüber rüber runter ganz so rüber runter muss ich das ja jetzt noch mal machen das ist eine challenge also rüber runter ganz so da ist es oben da ist es unten es ist gespiegelt noch sondern wäre ich drauf gekommen irgendwann hätte es eine stunde gedauert das wäre mir egal gewesen wenn wenn ich wenn ich sage ich brauche hilfe dann wäre das kein problem gewesen dann ist es noch aber so bitte nicht steht nämlich auch in den Regeln drin so wenn das oben ist das unten also nur komplett andersrum müssen wir jetzt nicht hier runter sondern müssen wir auch oben was sind das hier vorher ein einfaches teurer was passiert jetzt was passiert jetzt ok was passiert jetzt irgendwas was passiert alles klar ich glaube da müssen wir jetzt hinlaufen was passiert jetzt was passiert dann was passiert was passiert dann es ist wo sie mir zu kommen von hier warum das ich glaube hier war man nicht schaut neu aus ich glaube mir gehen dass man auf den berg es geht um rätsel du musst rätsel lösen um weiter zu kommen und den steinbruch das ist auch noch gesperrt jetzt nicht weiter Mensch kann ich kann ja auch nicht springen hier geht es drüber aber wenn ich mich jetzt hier verlaufen habe habe ich mich verlaufen ich kann hier nirgends runterspringen gibt es aber nach unten da komme ich auch nicht rein schade das wäre es gewesen vielleicht wieder nach oben ok probieren wir mal einen anderen weg irgendwie müssen wir ja da hinkommen hier geht es nicht runter hier 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 Ah-ha. Ah, es dreht sich. Wir gehen jetzt auf Höhentür, meine lieben Freunde. Oh, das kann man doch. Das kapiere ich jetzt gar nicht ganz. Ich geh mal die Wabe hier ringsrum. Hier ist auch noch was. Oh, das kenne ich noch nicht. Oh, jetzt ist eins ausgegangen. Aber das geht noch nicht. Wie geht es denn nicht weiter? Und durch darf ich auch nicht. Das hatte ich noch nie. Hier ist auch was. Drei, gibt es da? Okay, keine Ahnung was das macht. Wir kamen rein. Aber hier gibt es ja noch zig andere Wege wie zum Beispiel den hier. Ich kann aber auch den verbinden. Oder den? Ich weiß es nicht. Hier öffnet sich ja nichts. Aber da oben, da kann man auch lange laufen. Hm, ich geh mal wieder zurück. Ich glaube hier muss man später hin. Das steht. Was ist jetzt nicht mehr ohne Öffentlichkeit? Vielleicht bin ich apples. wir sind noch mehr ruinen weiß noch gar nicht mehr gibt es eine karte versteinerte statu schau was wir in jump and run hier teilweise ist wieder ein kabel was er reingeht da geht so das ist ein trombuswald schau mal schau mal schau mal jetzt wieder nach unten da ist der andere strand schau da gibt es auch wieder zwei wege ich glaube viele wege finden nach oben hier kurze haare hier ist eine statu da können wir mal ein bisschen gucken ja wo wir schon waren da hinten ist die windmühle in dem bereich war noch gar nicht glaube ich mal eher hinten in dem bereich hier geht es auch nicht weiter können nur hier oben drauf gucken das ist natürlich jetzt blöd gelaufen doch gar nicht wird wahrscheinlich erst alles andere lösen wahrscheinlich nehme ich mal stark an das ist auch so eine röhre hier hier geht es doch her jetzt wird es frostig hier jetzt kommen wir dem doch schon näher hier alles sind versteinert hier wurde jemand was klauen jemand wollte es auch verhindern hier oben kommt es das Strom an hier kann man wieder ausmachen wir hatten eine viel bessere Übersicht dort hinten sind Labyrinth Leute Labyrinth vor ich mich schon eine kleine Übersicht hier über die Insel da hinten haben wir glaube ich angefangen da hinten da war angefangen das war dann irgendwie hier hinten lang da hingekommen wie groß sind aus viel zu entdecken irgendwas passiert das ist geil das war cool das die auch auf dem das auch das das ist das 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 ist der ich verstehe gibt es die geschichte ich weiß es nicht ob es die geschichte gibt ich denke mal ja aber ich weiß es nicht also wir haben ja eine eine sache haben wir offen das ist wahrscheinlich dieser strahl und wir brauchen sehr viele von diesen strähen wenn ich mal hier so über die map schwurfe kann gut sein dass da einer drin ist dass dahinten einer drin ist hier vorn hier könnte einer drin sein da könnte einer sein der strahl trifft nicht den empfänger ich glaube auch nicht wenn ihr alle alle sträle also das glaube ich ein streich ich glaube es gibt mehrere sträle wenn alle sträle hier oben angekommen sind wird er geündelt irgendwie und wird sich dann wahrscheinlich diese plattform hier nicht mehr so locker hier um bewegen das könnte aufgehen in der mitte und weil er diese strippe hier nach unten in das schwarze geht nämlich genau da hier unten jetzt ins schwarze rein glaube ich mal dass das hiermit verbunden ist wenn man den code eingibt kann man hier runter und vielleicht mit dem raumschiff wegfliegen ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht ich bedanke mich aber erstmal fürs zuschauen gestreiten sich zwei wünsche ich noch einen wunderschönen tag und gibt es hier runter sag mal wo bin ich hier hochgekommen na gut das wäre wahrscheinlich das nächste mal kann ich hier das spiel speichern neue spiel starten spiel laden einstellungen steuerung wenn ich hier raus gehe wenn verlassen ja schwarze ich wieder hier oben alles klar wünsche ich euch noch wunderschönen tag und tschau tschau vorabmalen habe ich eine Welt vorabmalen die ihr